Yo Leute, was geht ab und willkommen auf dem GrabNation Kanal und ja, lange Zeit ist nichts gekommen, aber jetzt wird wieder durchgestartet, jetzt kommt ja auch der März und dann werden auf jeden Fall mehr Videos kommen von mir. Und ja, ich habe mir gedacht, so zum Auftakt für dieses Jahr gehen wir mal einen neuen Helm kaufen, ich habe ja das schon mal angesprochen, was ich mir holen soll, ob es ein Endurohelm werden soll oder ein Crosshelm. Ihr habt mir echt sehr viele Nachrichten geschrieben, fand ich richtig, richtig geil, ich habe auch auf jede glaube ich geantwortet, die was ich gesehen habe. Wir schauen uns heute einfach mal an, was es für ein Helm geworden ist, was für ein Helmstil und ich kaufe mir auch noch das Senna dazu, das 30K, das wird auch noch eingebaut in den Helm, ihr werdet dann dabei sein, wie das eingebaut wird. Dann seht ihr auch gleich, wie der Ton von mir entsteht am Helm, super geile Geschichte, mir hat das niemand gezeigt, deswegen dachte ich mir, das kann auf jeden Fall mal gesagt werden, wie man das einstellt, dass es auch ein richtig geiler Ton wird. Dafür fahren wir jetzt mal im Motorradland, ganz kurz, wie bin ich da drauf gekommen, dorthin zu gehen. Ich habe mir damals immer die Sachen im Internet bestellt oder im Louis, ja, Beratung geht so, im Internet sowieso nicht, klar, es ist ein bisschen günstiger, aber ja, ohne Beratung ist es echt voll der Abfuck. Ich habe mir auch damals einen Helm gekauft gehabt, der war mir dann zu groß und jedes Mal beim Fahren Luftsinn so nach oben, absolut scheiße und den Helm, was ich dann wieder davor gehabt habe, den habe ich jetzt wieder benutzt gehabt, den kennt ihr alle, das ist so ein Schwarz, da kann ich ihn auch nochmal kurz hier einblenden. Der ist einfach schon über sechs Jahre alt und da muss auf jeden Fall mal was Neues her, deswegen fahren wir jetzt mal im Motorradland, die beraten uns richtig gut und dann sehen wir uns gleich wieder. Jo Leute, was ich ganz vergessen habe zu sagen, ist, dass ihr, wenn ihr bis zum Schluss dran bleibt, kriegt ihr auch noch einen Rabattquote von mir, aber das kläre ich jetzt alles nochmal ab und weiter geht's mit dem Video. So, das ist der verehrte Dave, der hilft uns heute bei unserem coolen Helm-Setup. Genau, das bringen wir hin. Easy. Du schaust ihn noch ein bisschen rum. Genau. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz einfach mal den Daten, wie er so ein bisschen aussieht und dann geht's weiter. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz. So Leute, also ich habe jetzt zwischen den zwei Helmen, habe ich mich halt die ganze Zeit hin und her entschieden, was cool ist, was nicht cool ist. Aber mir gefällt einfach der von der Optik sowieso schon mal besser. Was mir nicht so gut gefällt ist, dass hier so ein Trinkschlauchanschluss ist, deswegen wird es jetzt ein bisschen tricky werden mit dem Senna-System. Und er ist von innen drin ein bisschen luftig, deswegen weiß ich nicht ganz genau, wie der Ton dann sein wird. Aber ich habe mich jetzt für den Lead-Helm entschieden. Ist einfach von der Optik her richtig genial und man fühlt einfach nichts auf den Kopf. Deswegen haben wir uns für den entschieden und nicht für den Scorpion, obwohl das auch ein richtig krasser Helm ist. Checkt den auf jeden Fall auch mal ab. So und dann bauen wir jetzt also dieses gute Stück in diesen schönen Helm ein. Dafür hilft uns jetzt der Dave dafür. Genau, das machen wir jetzt gleich rein. Dann erkläre ich euch noch ein paar Sachen über den Helm und über das Senna 30K. Und falls ihr Fragen habt, einfach unten haut einfach in die Kommentare was rein. Und ich schaue sie mir dann an und schreibe dann auch ein paar Antworten hin. Der Ford Nation hat sich für das 30K Single Set entschieden und für den Lead-Helm. Das Allerwichtigste ist erstmal, dass der Helm hundertprozentig passt. Am besten ist es, wenn ihr euch da bei einer Fachberatung beraten lässt. Weil egal wie viel Erfahrung ihr habt beim Motorradfahren, meistens passt der Helm doch nicht ganz. Was noch cool ist, bei dem Helm, der hat so ein 360-Turbinen-System drinnen. Lässt so den Aufpray ein bisschen dämpfen und ist eigentlich eine ganz neue Technologie. Weil die, ist ja eigentlich für Protektoren und so weiter. Früher nur da gewesen, jetzt haben sie sich auch für Helme spezialisiert. Richtig geniale Helm. Ja, wenn ihr dann noch weitere Fragen habt, einfach in die Kommentare unten rein hauen. Und ja, sonst fit top Helm. So, beim Helm zum Installieren vom Sena, mache ich es immer ganz einfach. Erstmal alles an den Polstern rausnehmen. Hier nochmal die 360-Grad-Turbinen, wo der Brab schon gesagt hat. Bei den meisten Helmen, sieht man das hier? Ja, sehe. Ist hier schon eine Aussparung für die Lautsprecher. Bei dem hier nicht, weil der eigentlich nicht dafür ausgelegt ist, dass man da was rein macht. Weil es ein Sporthelm ist. Ein Sporthelm für die Rennstrecke. Aber, wo ein Wille da ein Weg. Zur Not nehmen wir einen Hammer. Wenn wir uns zweimal drauf, dann haben wir auch einen Aufpray. So, man könnte jetzt auch daran rumfräsen, dass man es vertieft. Aber bei diesem Helm, der ist so dünn und leicht, wenn ich da jetzt was wegfräsen würde, würde er einfach nicht mehr die Sicherheit daran geben. Und bitte fräst auch nicht selber da ran, weil die Garantie erlöscht. Bitte lasst es nur von einer Fachperson machen. Wenn ihr da einen Kontakt braucht, einfach in die Beschreibung reinschauen. Da steht dann unser Kontakt vom Motorrad an Bodensee. Ihr könnt uns auch die Helme zuschicken und wir machen das dann für euch. Ich habe jetzt einfach nur die Gegenseite weggezogen. Hier ist dann so ein Klebeteil dran. Und hier klebe ich das dann einfach in der gewünschten Position rein. Das ist relativ einfach. So, wir haben uns jetzt eine passende Stelle rausgesucht. Das wäre bei dem Lied gar nicht mal so einfach. Durch dieses Trinksystem hier. Ich mache das so hier so einen Bogen. Das seht ihr, wenn ich da drüber fahre. Es ist gar nicht mal so einfach, dieses Teil da hinzumachen. Ich habe das schon mal bei einem anderen Helm, beim Lied zum Kleben versucht. Da hat es nicht ganz so geklappt, wie ich das wollte. Deshalb schrauben wir das jetzt bei dem hin. Bei dem ist es jetzt ein bisschen tricky. Das sieht immer so aus, als ob das mega ein Gemurkse ist. Ist es auch. Okay. Hier hinten dran ist zwischen der EVS-Schale und der Außenschale eine kleine Aussparung. Da kann ich reinfahren mit dem hinteren. Jetzt müssen wir nur noch versuchen, die Schrauben da hinzuschrauben. Wenn die Schrauben zu kurz sind, könnt ihr euch einfach mit dem gleichen Gewinde eine andere Schraube organisieren. Und dann einfach die Schrauben festziehen, aber bitte nur handfest, nicht zu fest, weil sonst ist das Gewinde durch. Und falls ihr euch das selber nicht traut, einfach in die Beschreibung reinschauen, uns den Helm zuschicken mit dem Kommunikationssystem. Wir bauen euch das auch ein. Ihr müsst schauen bei den Schrauben, dass ihr immer links ein bisschen anschraubt, dann wieder rechts anschraubt und immer hin und her schraubt. Nicht erst links komplett rein und dann rechts nach, weil sonst verkantet sich das. Dann geht das Gewinde auch noch kaputt und dann kriegt das entweder gar nicht mehr auf oder ihr könnt es niemals wieder gescheit zu machen, dass es dann wieder hebt. Genau. So Jungs, ich habe das jetzt verschraubt hier, einfach hier reingemacht und verklemmt. Also ich habe nicht am Helm irgendwas rumgeschraubt, nur an dem Kommunikationssystem. Das ist wie so eine Klammer, umso mehr Druck ich ausübe an der Schraube, umso mehr Druck gibt es hier am Helm, dass es fest ist. Also da kann ich richtig rumziehen, kann ich auch so heben, da liegt nichts mehr unten drunter. Das Trinksystem, hat er gesagt, das braucht er eh nicht mehr, gibt es auch jetzt nicht mehr. Genau, das ist jetzt fest dran. So und jetzt tun wir eigentlich alles nur noch verkabeln, das ist relativ easy. Einmal Lautsprecher längs, das kurze Kabel ist immer für den kürzesten Weg vom Lautsprecher und das längere Kabel ist für die andere Seite. Geil ist es jetzt, dadurch, dass ich ja von Anfang an hatte ja vorher solche Klebepads innen reingeklebt für die Lautsprecher und die sind mit einem Glättverschluss. Die kann man also easy immer raustun, wieder reintun, falls sie mal stören, falls ihr das an einem anderen Helm dran bauen wollt. Super easy. Jetzt sind wir großteils fertig. Jetzt müssen wir nur noch die Kabel ein bisschen verlegen, dass sie nicht in irgendeiner Belüftung drin ist oder in irgendeiner Mechanik von Sonnenblende zum Beispiel. Und daraufhin machen wir dann nur noch das Kopfpolster wieder fest. Einmal Clips, zweimal Clips. Am besten ist immer, wenn ihr schaut, dass die Kabel unter den Clips drinnen sind, weil sonst rauscht es euch einfach raus. Genau. Dann Wangenpolster links und Wangenpolster rechts. Die haben auch noch eine coole Funktion, wenn man stürzt und derjenige kann sich nicht mehr bewegen, um den Helm leichter vom Kopf zu bekommen, gibt es hier solche Laschen. Und die helfen dann dadurch, dass man die Wangenpolster, die was wir am meisten Druck ausüben auf den Kopf, auf den Helm mit dem Kopf, kann man dann dadurch einfach ganz easy rausziehen, dass es auch jeder machen kann. Auch jemand, der sich nicht mit Helmen auskennt. Und es ist auch noch mal eine coole Funktion am Helm. Da hast du noch mal anziehen und sagen, ob es sich was drückt. Wenn es sich irgendwo drückt, hast du Pech gehabt, kauf dir einen neuen Helm. Ne, jetzt chill ich ja. Genau. So, da gibt es dann hier noch so Buschelteile, so Wuschis. Und einfach da eine rausnehmen und drüberführen. Falls es zu wenig ist, könnt ihr euch einfach im Internet nochmal andere bestellen. Die gibt es in verschiedenen Dicken, verschiedenen Weiten. Oder ihr bastelt euch selber was zusammen. Genau. Das dann einfach hier reinführen. Und dann zu guter Letzt drauf. Und einmal Helm mit Sehner. Und jetzt kommt noch ein... Was? Ein Helm vor Ort. Abonn! So Leute, das war es jetzt mit dem ersten Teil vom Video. Im zweiten Teil kommt dann nochmal die ganzen technischen Daten. Plus, wie die Sehner hier mit der GoPro, mit dem Backpack zusammen funktionieren. Ohne Kabel und so weiter. Wo ich meine GoPro Halterung hingemacht habe. Das werde ich dann alles nochmal in einem separaten Video dann erklären. Ich muss auf jeden Fall mal ein fettes Dankeschön an den Dave von unserem Motorradland da lassen. Und die haben mir jetzt ja auch einen Gutschein versprochen. Und zwar, es gibt jetzt halt auf die kompletten Lead-Produkte, also Schützer, Protektoren, Nackenschutz, Helme und so weiter. Kriegt ihr 20%. Ihr könnt einfach... Ihr könnt also einfach 20% Rabatt bekommen, wenn ihr BrubNation dazu sagt. Und ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt sie unten einfach in die Kommentare. Und ich versuche es so gut wie es geht, alles zu beantworten. Und dann sage ich eigentlich nur noch Danke fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.